Boah, wie viel ich auf einmal auf dem Stück aufhöre. Ist selbst für mich gerade schon unheimlich. Shuttle zu Testzwecken. Okay. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Das ist doch immer das Gleiche mit den Regenerator-Fischern. Ich hasse solche Scripts. Ach ja, der kann mich noch schlagen. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ich soll hier drück auf den Kraten? Testzündung des Shuttle-Antriebs. Vielen Dank für Ihr Vertrag. Wie verschlossen. Ach so. Verstehe. Glaube ich. Hasshole. Asshole code. So, tut mir leid für diese kleine Unterbrechung, aber es gab da ein paar technische Probleme. Ich hoffe mal, dass das jetzt ohne Probleme weitergehen kann. Mal schauen. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Jetzt aber. Jawoll. So, muss das laufen. Ah, wie das ruckelt. Einen Moment. Ich werde kurz wieder einen Cut machen. So, liebe Leute. Das wird jetzt vorerst gerade so der letzte Part sein. Äh, der sich jetzt hier so am Stück aufgenommen hat. Das sind jetzt so ein bisschen Material. Und, äh, ich werde diesen Part hier noch eben zu Ende machen. Ich weiß nicht genau, wann das hier mit der Zeit angefangen hat, weil es gab ja ein paar Probleme. Nämlich mit meinem Festplattenspeicher. Ich habe ein bisschen zu viel aufgenommen. Und, äh, ja, deshalb hat das da vorhin etwas angefangen zu ruckeln. Und jetzt geht es eben noch weiter. Der verarscht uns. Der will wegfliegen. Der will sich davon machen. Das sage ich euch. Shuttle-Sicherung gelöst. Ich bin unterwegs zum Flight Deck. Kommen Sie dorthin. Dann bringen wir den Marker an Bord. Ja, Amelia. Bald werden wir ihn nach Hause bringen. Ja, ernsthaft. Keine Ahnung, ob kein Verrücktes oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorerst. Ich weiß nicht, da kommen wir ziemlich unsympathisch rüber. Irgendwie so verrückt, ja, durchgeknallt, ja. Und, äh, auch mit den Marken. Dann machen wir uns wieder ganz und so. Das gefällt mir gar nicht. So, wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, ob dieser Part jetzt ein bisschen kürzer geraten ist oder nicht, aber, äh, der Part ist jetzt schon mal zu Ende und, ja. Während ich hier dann alles das schon gerendert habe, das sind jetzt, glaube ich, ein paar Stunden, die ich aufgenommen habe. Einfach so am Stück. Einfach, weil ich kann, weil ich keinen Bock habe zu schlafen. Es ist jetzt nämlich mittlerweile auch schon 4 Uhr. Also, ja, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Kapitel gleich wahrscheinlich auch beendet sein wird. Aber das werden wir das nächste Mal herausfinden. Denn, nicht noch ein Regenerator. Regenerator, ne, bloß nicht. So. Und. So. Wir. Ihr habt das Klatsch auch gehört, wa? Wir schauen beim nächsten Mal nach, was das war.